Jo, moin Udo, das ist meine Videoantwort auf deinen Giveaway und ja, da ich nicht wirklich Tricks am Messer beherrsche, habe ich mir kurz was ausgedacht und will jetzt einfach mal hoffen, dass das klappt. Dazu brauche ich einen Flipper und ich werde jetzt versuchen, das Teil aufzuflippen, dabei soll es eine Drehung machen und dann möchte ich es wieder fangen. Gut, okay. Gut, ja, ich hoffe es war drauf. Gut, okay. Gut, okay. Gut, okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020